Raketenmix Folge Nummer 9 mit einer Pyro X3 Rakete aus dem Diamond Best Offset, die Kugelkopfraketen, kleine, zweimal die Golden Relo von Pyro Art X7 Kugelkopfrakete, die Flash von Niko, die Double Ring Rakete von Niko, eine fette Pyro Art X2 Rakete, nochmal zweimal die Kugelkopfrakete oder die Ringbomben von Niko, einmal Lammel Ring und einmal Double Ring und noch eine Purple Ring von Pyro Partner, eine namenlose, weiß nicht was das ist, aber die kommt aus dem, vom Pyro Partner, dem Rocket Rally Set, das ist glaube ich Rings of noch irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau und noch eine kleine Diamond Kugelkopfrakete aus dem Best Offs Raketenset, wünsche euch viel Spaß bei Folge 9. So, Folge 9 der Raketenmix Serie, wir beginnen mit einer Purple Ring Rakete von Niko. Nicht so groß wie immer, als nächstes die Double Ring von Niko. Ja, die war schon ordentlicher, als nächstes die Lemon Ring. Eine große X2 Rakete von Pyro Art. Richtig fette Ausweitung, die X7 Golden Vilo. Ich hoffe den Effekt kann man erkennen, die nächste X7. Das war schon mal ordentlicher, dann eine Rakete von Pyro Partner mit dem Arter drauf. Und dann eine Niko Flash Rakete. Und eine X3 Führerart. Grüne Blinker, dann die nächste Double Ring Rakete. Wieder ordentlich und die letzten beiden Raketen sind die aus dem Diamond Best Offset. Sehr langgestehend. Sehr langgestehend. Stun JEFF Tschüss. ZD